Musik Ich bin kein Schauspieler, sondern ein Verbraucher genau wie Sie. Natürlich habe auch ich Bedarf an Toilettenartikeln. Besonders wichtig war es mir, Körpergeruch zu vermeiden. Leider war das in meinem Fall oft dermaßen problematisch, dass einfach kein Produkt meinen Erfordernissen gewachsen war. Doch dann fand ich Schwupp. Schwupp funktioniert auf einer bisher unabprobten Basis. Schwupp bekämpft nicht den Körpergeruch, sondern macht den Benutzer unsichtbar, so dass sich jeder wundert, wer denn da so stinkt. Ich demonstriere. Schöpfle5-Gil